Und wir sind wieder dabei. Wer ist Thüme eigentlich lieber? Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Mit dem Zombie hinter mir. Hallo Zombie. Hallo Phil. Und da hinten ein Krüper. Das ist sehr schön. Ich muss mal, ja, bin noch nicht hier fertig. Ich bin ja nur im Ausbau. Ach ja, genau. Wo war ich? Stehen geblieben. Ah ja, meine Tochter hatte einen Schlaganfall. Das war letztes Jahr im Oktober. Da hatte die einen leichten Schlaganfall. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da waren auch die Ärzte, die haben die auch beruhigt, weil die war ja total kurze. Ja, mich auch, weil ich wusste sofort, was Ambach war. Also meine Tochter rief mich an. Mama, Mama, ich habe geschielt, ohne dass ich das wollte, aber nur auf der einen Seite. Mein Auge ist abgehauen. Ich beim Sekretariat angerufen und... Ja gut, da muss man ja auch dabei sagen, wenn der Lehrerin oder sonstiges hört, ich habe geschielt, da denkt man sie erst mal... Ja genau, sie hat das auch nicht der Lehrerin, sie hat das der Sonderpädagogin gesagt und die wusste jetzt gar nichts damit anzufangen. Ja, toll. Ja, weil Soraya, ich denke mal, sie wusste auch genau... weil sie auch direkt anrief, sie wusste, dass das nicht normal war. Rief auch direkt an und sagte, oh shit, ich bin gleich tot. Sie ist gleich tot. Hey, Faye! Was geht? Ja, toll, super. Was hast du? Ja, ich bin direkt hier gespawnt und habe natürlich... Freu dich. Ich bin direkt da gespawnt, also an meinem Bett und mein Bett steht genau da, wo der Geletti war. Das war so geil jetzt gerade. Ja, auf jeden Fall rief sie mich dann auch sofort an, weil sie genau weiß, das ist wichtig, dass sie mit mir sofort alles aufsacht und hier und da. Ja, ist sofort... Ja, und dann hatte ich ein Kribbeln in den Händen. Hatte dies, das, jenes, also was mal alle Symptome mir erzählt. Weißt du, weißt du was? Du gehst jetzt parallel mal eben ganz schnell zum Sekretariat. Ich rufe das schon mal an, bin auf dem Weg. Ich, mit dem Sekretariat gesprochen ist, die sollten doch bitte jetzt mal einen Krankenwagen rufen. Meine Tochter hatte einen leichten Schlaganfall. Den muss man doch selber bezahlen, ne? Die Krankenwagen. Ja, 10 Euro. Ja, ich kann ja auch einen Widerspruch einlegen, aber jetzt mal ganz ehrlich... Ja, finde ich trotzdem ein Witz eigentlich. Ja, eigentlich schon, aber auf jeden Fall. Ich habe euch da schnell angerufen, alles in die Wege geleitet. Also ich glaube, ich einen Nachbarn gefragt ist so, guck mal, könntest du mich mal eben nach Strahlen fahren. Ich muss mal ganz schnell zu meiner Tochter, das wird sich mal ein Schlaganfall. Natürlich, der hat mich auch versucht zu beruhigen. Ja, du weißt ja gar nicht, ob das ein Schlaganfall ist. Hier, pipapo. Ach so, hm. Das und das und das und linksseitig. Und ich weiß, dass meine Tochter, wenn sie einen Schlaganfall kriegt, linksseitig. Ich weiß nicht, ne? Ja. Liebe Leute, die bei der Aufnahme oder im Livestream immer, jedes Mal schreiben müssen. Ich wollte schon sagen, ich habe gar nichts gemacht. Ja. Hahaha, hallo, Kriber. Hey, kleiner, kleiner Minder. Ja, auf jeden Fall auch total. Ich auch natürlich auf Hibbelbein, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Ich war total nervös und wollte nur noch schnell dahin. Krankenwagen kam, als ich gerade da war. Gott sei Dank. Ja, ich glaube, so schnell, also wäre ich selber gefahren, also ich habe ja noch keinen Führerschein. Bin ja noch dabei. Und wäre ich selber gefahren, ich glaube, wäre mir scheißegal gewesen, ob ich jetzt einen Führerschein habe oder nicht. Wäre gefahren, wenn ich jetzt keinen gefunden hätte, der mich mal eben schnell zum Krankenhaus bringt. Weil ich kann fahren, ich darf nur noch nicht. Also ich kann sogar relativ sogar sehr gut fahren. Mhm. Ich habe nur das Problem, dass ich Prüfungsangst habe. Ja. Ganz doll. Ich wollte gerade sagen, ist halt nicht mal wenig, ne? Ne, das ist schon richtig heftig. Also bei mir, ich habe dann wirklich so ein richtiges Blackout. Und das Schlimme ist, meine Fahrlehrerin sagt auch, das Schlimme ist bei dir, man kann dann nicht mal mehr. Nach Mensch sagen, sondern echt Menno. Lava. Es ist die Lava, die die Fee berührt. Weil ich es eigentlich kann. Das ist schon blöd. Selten dämlich. Nein, weiß ich nicht. Ne, ne, das nicht. Es ist blöd einfach für mich. Das ist doof. Doch, es ist schon selten dämlich, dass es dir passiert. So. Oder dass du das Problem hast. Ja. Das ist scheiße. Es ist verdammt scheiße. Wenn man Prüfungsangst hat. Und ich hatte sowas noch nie. Also ich habe meinen Lebtag nie Angst vor irgendwas gehabt. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich so mit mir zu kämpfen habe. Und da richtig Probleme mit habe. Das ist mir nicht mehr runtergefallen. Es ist sehr schade eigentlich. Es ist immer schade. Oh nein. Na gut. Ich bin ja gegen am ankämpfen. Ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, hier ist mir jetzt egal oder so. Sondern ich versuche es irgendwie hinzubekommen. Oh, Pst. Oh, Schitte. Ich habe jetzt scheiße rein. Ich muss irgendwo gucken, dass wir ein bisschen näher kommen. Kupfererz. Sauber. Kupfererz. 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 Noch sauberer. Es ist wirklich doof, wenn man Prüfungsangst hat. Und deswegen echt verkackt. Doch, echt verkackt. Ja, ja, verkackt. Aber ich glaube, es gibt noch mehrere, denen es so geht. Ich bin, glaube ich, nicht die Einzige. Das weiß ich nicht. Ich glaube, was ich noch schlimmer finde, wenn ich Panikattacken schieben würde. Weil, was würdest du gegen eine Panikattacke machen? Ich glaube, da kann sie gar nichts damit machen. Glauben. Ich weiß es nicht. Ja doch, es geht schon. Du musst halt lernen, durch viel Fahren zu kontrollieren. Also es ist jetzt nicht so, dass du gar nichts machen kannst, aber es ist schwieriger. Also noch schwieriger. Weil bei Prüfungsangst, ich kann ja wenigstens, also zum Beispiel, was ich gemacht habe. Ich habe mir aufgeschrieben, wovor ich Angst habe. Was? Das ist, bevor du Angst hast. Also was passiert, damit du weißt. Nein, aber man darf jetzt auch nicht vergessen, ich hatte mir auch immer viel Druck bekommen. Also alle immer, ja und wie ist es jetzt? Und wie ist es jetzt? Und? Von dir doch nicht. Und man macht die Prüfung und hier und da. Und du hängst da und denkst dir, scheiße. Ne, scheiße. Wieder, ne. Deswegen habe ich auch nachher keinem mehr gesagt, wann ich Prüfung habe und und und. Das hat dann aber auch nicht so ganz geholfen. Ähm, hatte dann meine Prüfung, bin gefahren. Bin auch die ersten 5 Minuten super gut gefahren. Ah, dann kann man es. Ich weiß nicht, wie und warum. Auf einmal war wie so ein Hopp. Und mein Hirn war echt wie weg. Also es ist wirklich wie weg. Wie viel Prüfung davon? Wollen wir mal fragen, wie viel Prüfung du schon hatte? Bis, ich hatte jetzt 5. Man darf so lange, ja, 5 oder 6 hatte ich schon. Ja, meine 6. Man darf so lange, also ich müsste jetzt dann rein theoretisch nochmal die Theorie irgendwann machen. Du hast ein Jahr lang Zeit. Ja, früher war das glaube ich nur 3, oder? Genau. Und heute ist das so, du darfst so oft machen, wie du willst. Du musst nur nachher, wenn jetzt zum Beispiel die Theorie, wenn ich jetzt das Jahr um habe, müsste ich nochmal zur Theorie. Da habe ich auch gar keinen Wammel vor. Weil, äh, da weiß ich jetzt schon, die mache ich dir im Schlaf. Wie gesagt, man kann halt nur einfach nicht aufgeben. Das ist das Einzigste, was ich machen kann. Nicht aufgeben. Und weiter. Wenn du jetzt aufhören würdest, würde ich auch noch rechts und links eine Rohrfeier geben. Nein, würde ich auch nicht. Also ich bin ja auch kein Mensch, der sagt, ich gebe jetzt auf. Um Gottes Willen. Nur sagst du meine Verlehrerin auch. Das Einzige, was dir jetzt passieren kann, dass du nochmal die Theorie machen musst. Das ist ja, die bestehe ich. Bitte nicht. Ey, die ist aber wenigstens günstig. Ja, ja, toll. Was habe ich denn dafür? Und dann nochmal zur praktischen Prüfung. Wenn es aber so wäre, ist es einfach so. Irgendwann verlierst du die Angst. Nein! Gehst du Fahrrad? Danke habe ich. Nein, aber weißt du, was ich meine? Irgendwann verlierst du die Angst. Und die muss bei mir einfach so weit, ne? Alter, wie viel... Also, eine aus dem Kindergarten zum Beispiel, die hat mir gesagt, die soll einfach... Scheißegal-Haltung bekommen. Weil die sagte, die hatte auch... Scheißegal ist ja nur Johnnies Geld. Das stimmt nicht. Das ist nicht nur deins. Was? Das ist nicht nur deins. Ne, die hat die Scheißegal-Haltung gehabt und hat bestanden. Also, die ist dreimal durchgefallen. Irgendwann hat sie gesagt, boah, scheiß drauf. So, ne? Einfach dieses... Ja, ist mir jetzt egal, ob ich jetzt bestehe oder nicht, ne? Ja, schwupps, hat sie bestanden. Ja. Es ist aber meine... Weil dann kannst du ja keine Angst bekommen. Weil dann ist es dir kackegal. Also, manchmal ist die Scheißegal-Haltung doch nicht so verkehrt. Mal gucken, wie die nächste Prüfung wird. Und dann noch mal eine und... Ich habe ja noch Zeit. Bis Ende August, Anfang September. Du weißt ja auch jetzt nicht mehr, wann du Prüfung hast. Wie sagtest du eigentlich? Die hatte dich ja gefragt, deine Fahrlehrerin. Möchtest du ja wissen? Du hast gesagt, nö. Ne, möchte ich auch nicht. Weil ich weiß, dann würde ich mich jetzt so bekloppt machen. Oh, Faye, wie viel Marmor ich hier habe. Das ist elendlich eklig. Nein, ich möchte es... Ich möchte es aber wirklich gar nicht mehr wissen. Ich möchte einfach ganz entspannt in die Prüfung gehen können. Ähm... Und bestehen. Ja, natürlich möchte ich bestehen. Wenn ich aber nicht bestehe, dann bestehe ich halt nicht. Also... Es fängt schon langsam an, dass ich sage, okay, entweder Hop oder Top. Ne, mehr kann mir ja eh nichts passieren. Und ganz ehrlich, ähm... Eigentlich aus meiner Familie müsste jeder wissen, wie es ist, irgendwelche Ängste zu haben. Weil ich bin ja nicht die Einzige. Ich habe vor nichts Angst. Ih, eine Spinne. Na komm. Du hattest auch, äh... Was hatte ich? Ängste vor irgendwas. Ja, also ja. Na, du hast auch eigentlich Prüfungsangst. Ja, das habe ich schon. Aber ich habe es sehr krass. Also ich habe das so krass, mein Kopf ist leer. Also ich kann... Ich fahre... Ich bin bis zum Prüf... Ich bin wirklich bis zum TÜV bin ich ja selber gefahren hin. Alles gar kein Thema. Ich habe das souverän gemacht. Dann steigt der Prüfer ein. War auch noch okay. Und dann fing das an. So... Umso länger ich fahren musste, umso schlimmer wurde das. Dann fing das so an. Ja, und dann kam ein Patzer nach dem anderen. Und dann war... Und du... Das Schlimme ist, du weißt ja selber, du hast nicht bestanden. Weil... Ich bin ja so ein Mensch. Ich merke das da sofort. Das ist das Ätzendste, ne? Ja, du merkst das sofort. Ich konnte auch nicht mehr weiterfahren. Und meine Fahrlehrerin... Eigentlich soll... TÜV fahren. Noch die Runde zu Ende fahren. Trotz dass ich nicht bestanden habe. Sollte ich aber weiterfahren. Und ich habe nur noch gesagt... Ist so... Ist so... Könntest du bitte weiterfahren? Ich pack das nicht mehr. Ich... War einfach so. Ich kann nicht mehr. Das hätte nichts gebracht. Das wäre auch gefährlich geworden. Naja... Aber das fand die auch gut. Dass ich von vornherein gesagt habe. Ich so immer... Mh... Bringt jetzt nichts. Also wenn ich jetzt weiterfahre, das ist einfach... Ein tödliches Ding. Ja, tödlich jetzt nicht. Aber einfach... Ne... Das Risiko ist zu groß. Genau. Also so souverän bin ich ja auch. Ich weiß auch ganz genau, wann ich sage... Bis hier und... Fahr jetzt nicht mehr. Ich fahre wahrscheinlich gerne aus. Das macht mir voll viel Spaß. Huch. Das war dunkel jetzt. Das macht mir echt viel Spaß. Das glaube ich dir gerne. Autofahren macht auch laut. Ich habe auch kein Problem mit... Das findet die so faszinierend. Ähm... Die kann noch so laut Musik machen. Die kann noch so laut... Watschen oder ne... Nix. Dann fahre ich dir ganz ruhig weiter. Das findet die so faszinierend, weil das ja auch ganz wichtig ist, weil ich ja auch Kinder habe. Ich sage dir ist das ja auch wichtig, dass du... Äh... Fährst, ne? Wie ein Klammergott. Wie ein Klammergott. Ich meine das nicht, aber... Dass auch... Geräusche sind. Und auch... Äh... Nicht mal... Geräusche, die nicht so angenehm sind. Sag ich bei, oder... Na! 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 Deswegen sagt ihr auch. Deswegen ist das so ärgerlich. Also es ist nicht mehr... Moment, ne? So schade. Sondern ärgerlich. Ich war jetzt... Sehr ärgerlich, dass ich da die... Dingens weggenommen habe. Gleiches kriege ich auch noch hin. Ja. Ich hätte ein bisschen Zeit. Auf alle Fälle. Ich bin hier die ganze Zeit am bauen. Ich habe schon nicht... Ich bin die ganze Zeit in der Höhle. Boah, ich sehe schon nichts anderes außer mehr... Bau, Bau, Bau. Oh! Eiser! Jetzt müssen wir mal eben gucken, wie viel... Wie weit sind denn meine Felder eigentlich? Habe ich in den Knuckles 1? 1... 2... 3... 4... Ach, hier bin ich schon ganz... Ach, mach mal doch mal. Ach, warte mal noch mal. Gieß, Walter. Es hat alles gleich voll hier. 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 1... 2... 4... 6... 7... Ok, dann muss ich das hier nochmal weitermachen. Weil das ist voll unsymmetrisch. 1... 0... 4... In manchen Dingen ja. 2... 2... 3... 4... 3... 2... 4... aber nicht in allen obwohl zu hause ja auch manchmal das ist voll schlimm vor allen dingen ich hatte eine zeit lang so eine phase wenn ich immer eine tischdecke hatte habe ich immer gerade gezugelt wie die war schief und ich hatte damals wie gesagt ich habe zwei kinder mit pflegegrad und hab dann damals eine familienhilfe auch deswegen gehabt und immer wenn meine tischdecke schief war die musste sich immer beümmeln weil immer wenn die tischdecke schief war habe ich die gerade gezubelt oder wenn es so war wie es sollte es ist eigentlich voll bekloppt aber jeder hat irgendwie dann machen mein spiel war es halt soll ich nur gerade zu ziehen ich habe also ich glaube meine kinder kriegen irgendwann voll den koller da ist echt dass so einen echten spielen von mir wenn meine kinder mich irgendwann hassen verstehe ich sogar ich möchte nicht böse aber irgendeine macke muss man haben ja natürlich die größte hast du ja weiß ich doch tuch entschuldigung weiß ich doch jetzt muss ich aber zählen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 muss ich machen weil das fällt ist ja immer 8 lang und 8 weit ich meine dass ich nur mal gehabt das weiß ich doch das ist nix neu ist für dich ne ja dass meine kinder irgendwann sagen mob ist so doh mama du bist so dämlich ach kann ich meine kinder niemals sagen komischerweise nee lass meine kinder sagen wir so sind aber halt nicht immer zu mama oder natürlich weißt du es vor allen dingen wenn irgendwas ist wenn ich was sage papa und mama sich streiten immer so geil mama hat recht und ihnen die gesorgt so ich bin jetzt schon mal das ist halt so ein paar Euro aber ich glaube die einzige die nicht zu mir halten würde wer das eine wir sind zwar ein paar Lebenswort richtig denken kann die ist wirklich voll verpackt das ist ein richtiges Papa Kindchen ich bin ich aber auch nicht schlimm ich finde das süß wenn man vor uns geht nur Mama Kinder wäre doof das wäre auch langweilig wenn meine Kinder nur Mama aber das ist das erste Papa Kind das stimmt das stimmt ja wohl das ist das erste Kind was du wirklich extremst Papa das ist das erste Mal das ist krank wir dürfen so Mama aber so glaube ich auch noch ich bin ich das ist das wo jetzt auch das ist doch schon die Öffnung zum ich bin hier am Bauern und am Bauern und am Bauern und zum Besag um die Höhlen sein Ah, ich find's echt nicht schlimm, ich muss mal ein und welches Verpackt wir noch haben. Was empfindest du das ja auch möglich, dass du ein Kind mal hast, was komplett Papa... Endlich mal Papa ist. Das war jetzt aber spannend. Warum bist du denn her? Ah, mein Freund. Oh, komm mal! Stimm mal in die Ecke. Sicherer. Und Kupfer? Kupfer? Oh, Hinderkampfer Eisen. Ach da. Das geh ich jetzt gleich mal eben. Mit dem Eisen vorbei. Ja, das geh ich gleich mal eben schnell hoch bringen. Ich muss mal ne Hacke noch holen und dann die Felder noch ein bisschen näher aneinander und... Schon wieder. So mach ich das eigentlich hier alles? Weiß ich noch gar nicht. Ich war schon wieder Monster. Also Zombies. Das ist schön, ne? Das macht wirklich Spaß. Das ist relativ nervig. Ja sag ich doch, das ist schön. Mein Rucksack ist gleich voll mit Materialien. Was auch relativ geil ist, aber... Ja. Umso mehr Materialien, umso gefährlicher. Genau. Diamonds hab ich leider noch keine gefunden. Okay. Aktuell. Jetzt geh ich schon wieder hoch. Warum geh ich denn jetzt schon wieder hoch? Ich will doch gar nicht hoch. Oh nein. Schon wieder ne Wegegabelung. Ich will doch gar nicht hoch. Ich will doch gar nicht hoch. Oh nein. Hei. Der Witz gar herkommt den. Tach. So. Wir sollten mal gleich was essen. Oh ja. Das ist eine gute Idee. Pfeile hatte ich Pfeile. Pfeile hatte ich noch keine. Aber hier die Knochen, die können wir als Mehl verarbeiten. Zack. Und dann haben wir nämlich auch schon wieder einen Inventarplatz mehr. Das haben wir auch hier drin. Das auch. Die haben wir auch. Alter hab ich mich jetzt erschreckt vor der blöden. Flattermonster. Oh. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt Kreide. Da kommen hier mit Rottenfleisch. Ich weiß nicht warum. Mal weg. Aber das haben wir jetzt. Ja. Ich hab's im Inventar. Wahrscheinlich. Weil eh die ganze Zeit irgendwie immer Rottenfleisch. Immer wieder aufsammelt automatisch. Und ich hör irgendwo hier so ein schießwütiges Etwas. Okay da kommt schon mal ein Zombie entgegen. Ich hab dich doch gesehen Junge. Da wo die Schmiede ist den Raum baue ich auch kleiner. Und ich hab noch mal ein bisschen umbauen und andere. So wenn wir auch mal eben hier ne. Oh da kommt schon wieder einer. Das geht so. Wie der Zombie lieb dich. Da will ich heiraten. Ist ja nicht der eine und derselbe ist ja schon wieder neuer. Das ist ein Schlimmere ja dann dran. Ach. Guck. Verbeeren. Verbeeren. Verbeeren brauche ich jetzt aktuell eigentlich nicht. Ach. Da hinten sind auch noch mal eine ganze Reihe von äh. Aua. Wo konnt ihr denn schon auf mich schießen? Ey. Sag mal. Hat die Können? Äh merke ich. Hat die Können. Ich brauche keinen Kupfer. Wenn ich etwas nicht brauche ist es Kupfer. Äh. Aluminium meine ich. Kupfer ja. Ach komm die Kupferbeeren die nehmen wir jetzt einfach mal. Aluminium brauchst du irgendwie nicht viel ne. Ich weiß gar nicht warum wir das überhaupt haben. Ja. Aktuell irgendwie nicht so. Ich wüsste jetzt nicht im Moment wofür. Sonst schenken wir die Kupferbeeren. Wir haben ordentlich Kupferbeeren. Ah. Hi Huber. Ihh. Nur so. Ganz vertieft. Ja ich bin grad ganz vertieft. Ihh ein Huber. Nein. 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 Ja. Schwimme doch jetzt öfters. Quasi. So ein bisschen. Einfach ganz spontan immer den Stream an. Ohohoho. Ach so jetzt was wollte ich eigentlich. Jetzt sind sie raus. Ne. Ich bin da eine Spinne. Ohoho. 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 Dann bin ich eh nie da. Mein Problem ist gar nicht. Was hast du denn heute gemacht? Oder gestern. Heute und gestern. Ich hab keinen Stream gesehen. Oh hier ist. Ich hab keinen Stream gesehen. Ja also wer an Ostern streamt. Ich hab aber auch. Ne wir haben ja auch nicht aufgenommen. Nicht das ich wüsste. Nö. Gestern haben wir einen ruhigen gemacht. Ich war jetzt echt voll vertieft in dem Spiel. Weißt du nochmal. Da. Du bist immer am Niesen wegen Allergie. Ah ja. Boi schnupfen. Die war auch nicht schnupfen weil sie gerade taucht. Weiß ich nicht. Ja. Ne. Bei dem Wetter kannst du vergessen. Weißt du was wir für einen Bollenflug haben. Also egal was du hast. Da Polen. Da Polen. Da Polen. Die Polen fliegen wieder. Ja. Kannst du was heutzutage noch sagen? Weiß ich nicht. Also das sollte jetzt auch nicht. Scheiße jetzt hab ich die Hake vergessen. Jetzt bin ich weiter hoch. Oh die Hake. Heute voll verpeilt. Ja ich war ja auch arbeiten. Ich darf verpeilsen. Voll arbeiten. Voll arbeiten warst du? Voll arbeiten ja. Toll ein gewöhnlicher Gürtel. Ey ich hab einen gewöhnlichen Gürtel für dich Fee. Ne kannst du mal voll behalten. Den hab ich nämlich selber schon. Ja ich tasse schon. Ja. Brauch ich nicht. So jetzt hab ich mal ne Haxe. Hab ich gerade im Dungeon gefunden. Ja. Guck mal. Dank Herr Du weiß ich jetzt wie man bei Twitch streamt. Der hat mir das erstmal alles eingestellt. Und die Lampe aufgehangen. Und die Lampe. Und die Lampe aufgehangen ja. Was sich im letzten Stream so. Angeprangert hat. Verprügelt und so. Jetzt hast du sie nicht mehr. Jetzt hab ich wieder was vergessen. Häusliche Gewalt. Ach du bist doof. Jetzt hör doch mal auf. Täglich. Da hab ich ne Rübe. Steckrübe mach ich halt erst. So. Häusliche Gewalt. Ja. Ach nö. Ach hier geht's ja weiter. Warum denn? Oh. Äh. Du wolltest in die Höhle. Wart das jetzt? Ja warte. Mein Hauptproblem ist jetzt leider gerade. Ähm. Oh. Äh. Leuchtender Zirkus. Warte. Ich hab. Ich hab. Keine. 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 Keine mehr. Hast du dieses Jahr keine Eier versteckt? Warte mal. Dieses Jahr auch nicht. Nicht wirklich. Ja. Was heißt nicht für die Kinder? Irgendwas gemacht. Irgendwie. Fiel das ein bisschen spärlich aus. Was heißt spärlich? Ja hallo. Oster. Oster. Osterfreund. War das. Ich bin wirklich am Abend vorher. Ich war ja arbeiten Samstags. Sag dir immer. War ich wirklich. War ich ja noch die ganzen Sachen anbesogen. Ich hatte nichts hier. Ich hab nichts vorbereitet. Also normalerweise hab ich immer. Aua. Ja ungefähr. 2 Tage alles vorbereitet. Ich hab eigentlich dann schon immer Eier gefärbt. Und dies und das. Und dann kriegt mal irgendwo bitte bunte Eier. Ich hab keine bunten Eier mehr gekriegt. Die werden alle ausverkauft. Sind alle so faul. Und färben mich selber. Aaaaah. Toll. Ich hab noch nicht genug ausgeleuchtet. Aaaaah. Ich hasse Skelette. Wie? Anui Anui Anui. Vielen Dank.